Was haben wir hier? Wir haben Premium Knallfrösche. Ich seh das gar nicht. Ich guck darunter in die Mumme. So Premium Knallfrösche. Hier hast du. Hier mein Auto getroffen. Das war arg geraubt. Premium Polyp. Ich weiß nicht, was da drin wird. 3D fahren. Bum. No. Wir haben uns geheult die Premium-Sterne. Warte, ob man es im Dunkeln sieht, die Dinger sind eh ranzig. Jetzt noch ein Knallfroosch. Oh Gott! Bist du eigentlich behindert? Was denn? Du bist ja voll krank. Ey, du hast mitten vom Gesicht geschnürzt, Alter. Du hast vom Gesicht geschnürzt, Alter. Und du musst ganz dringend hin, denn ich habe mir fast das Gesicht erinnert. Ich bin voll mit einer Hose gefinkelt. Du hast voll Respektlos. Guck mal, das ist ein Abwachgräber. Oh Gräber. Das ist die ganze Zeit. Natürlich. Und toll. Die Bauch ist super voll. Verhältlich. Sehen Sie, wie ist das voll auf der Scheiß? Warte, ich brauche noch mal Licht zu holen. Komm. Komm. Komm, hier rennt. Jetzt bin ich uns alles, Alter. Lebensgefährlich. Komm.